namaste leute herzlich willkommen zu einem neuen reaction video auf meinem kanal und heute guckt ihr mit mir zusammen einen boywood trailer an und einen song von dem film bin sehr gespannt ist ein film von salman khan und genau den trailer habe ich noch nicht gesehen und habe gesehen dass heute ein song rausgekommen ist mit disha patani aber nicht gespannt genau ich will auch erst mal den trailer anschauen und danach den song und genauer für doch treibt anfangen mal gucken wie das alles das sah jetzt schön aus die brücke und dann das ganze nebel wow das sind eine geile atmosphäre rade Alam Khan Isha? She is so beautiful She is so beautiful Action, action, action You are either inside the jail Or inside the ground One time I had committed I don't listen to myself I will clean this city Oh my God Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und das kommt wohl alles in 8, wird der Film auch in 8 rausgebracht, weil zur Zeit ist das glaube ich in Indien leider nicht so gut, die Situation, also die Corona-Situation. Ich habe leider einige Videos gesehen gestern, das war echt sehr schlimm. Ich hoffe natürlich, es wird bald wieder besser in Indien. Gut, dann schauen wir das Lied an, Seti Mar. I'm excited because the Shabatani. Okay, der Anfang kommt mir sehr bekannt von einem anderen Lied. Vielleicht kennt ihr das, ja. Mein Gott, die Shabatani. So hübsch. Wow. Die ganze Setting hier, alles sehr schön, die ganzen Lichtern, also richtig klasse. Oh mein Gott. Interessant move. Die Shabatani. Oh mein Gott. Sie hat immer so heiße Kleider. Sie ist echt so hübsch auch noch. Oh mein Gott. Ich kann gut dancing. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Twerking with Samaritan Oh Gott! Oh mein Gott, echt schlecht. Cool, aber das Lied ging echt ab, finde ich. Und die haben echt gut getanzt, vor allem Lisha Patani. Oh mein Gott, ich liebe das, Mädel. Richtig nice. Wow, schreibt gerne eure Meinung zu dem Filmtrailer und zu dem Lied. Wird mich sehr interessieren, was ihr davon denkt. Ich habe schon einiges gelesen gehabt. Manche Kommentare waren ein bisschen negativ, dass es wieder einfach ein neuer Salman Khan-Film ist, aber gleiche Storys einfach. Also nichts Neues anscheinend. Ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich mit Salman Khan gesehen habe, so Action-Film war, glaube ich, so Mission Tiger. Glaube ich. Mehr weiß ich nicht. Sonst kenne ich ihn nur von so Kuchikuchi-Ute-Hei, Hum-Dil-De-Chuk-Keh-Saname. Also eher nicht Action-Filme. Aber ja, wie gesagt, schreibt gerne eure Infos runter, würde mich sehr interessieren. Und falls ihr weitere Vorschläge habt, schreibt es gerne auch in den Kommentaren. Falls ihr noch nicht mehr eine andere Bollywood-Reactions gesehen habt, guckt in meinem Kanal. Und falls ihr weitere sehen wollt in Zukunft, vergisst nicht zu abonnieren. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Bis zum nächsten Video. Bye.